Die Bundesstraße 16 ist eine deutsche Bundesstraße in Bayern. Sie führt vom Bayerischen Wald in Ostbayern bis Füssen am südwestlichen Rand des Bundeslandes. Verlauf Beginnend als Abzweig von der B85 beim Rodinger Ortsteil Altenkreid verläuft die Straße in südwestlicher Richtung über die Großstädte Regensburg und Ingolstadt an der Donau entlang bis Günzburg. Dabei ist die von Roding bis Regensburg kreuzungsfrei ausgebaut und war dort früher streckenweise als B16N bezeichnet. Ab Günzburg über Krumbach, Mindelheim und Kaufbeuren bis Füssen verläuft sie weiter Richtung Süden. Knapp südöstlich von Füssen mündet sie in die B17. Anfang der 1950er Jahre verlief die B16 nur zwischen Regensburg und Günzburg. Städte an der B16 Roding, Nittenau, Regensburg, Kellheim, Abendsberg, Neustadt an der Donau, Woburg an der Donau, Ingolstadt, Neuburg a. D. Donau, Rhein. Donauwörth, Höchstädt, Dillingen a. D. Donau, Lauingen, Gundelfingen, Günzburg, Ichenhausen, Krumbach, Mindelheim, Kaufbeuren, Marktoberdorf. Füssen B16 Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung versucht, die B16 zwischen Regensburg und Günzburg als Fernstraße ohne Ortsdurchfahrt auszubauen. Dafür wurden zahlreiche Umfahrungen neu gebaut, sodass heute nur noch der Teilabschnitt Höchstädt-Donau wird mit Ortsdurchfahrten existiert. Derzeit in Planung Ortsumfahrung Höchstädt Am 21. Dezember 2009 wurde die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums über die zukünftige Trasse bekannt gegeben. Demnach soll die Trasse Nord-Wasserschutzgebiet realisiert werden. Die Vorentwurfsplanung wurde am 28. Februar 2011 vorgestellt. Die Umfahrung hat geplant eine Länge von 7,0 km und soll dreispurig mit wechselnden Überholmöglichkeiten gebaut werden. Der Beginn des Planfeststellungsverfahren ist Anfang 2016 geplant. Ortsumfahrung Tapfheim und Schwenningen Vorbereitende Planungen Ausbau zwischen Gundelfingen und Günzburg Für einen dreispurigen Ausbau der B16 ist nicht vor 2017 zu rechnen. Ausbauzustand Der Ausbauzustand der B16 gliedert sich wie folgt. Siehe auch Liste der Bundesstraßen in Deutschland